Hallo, heute war die Brigitte bei mir und hat ein Flipchart-Training Visu-Trainment-Zeichnen fürs Business gebucht und zwar einen Exklusiv-Workshop zusammen mit einem Kollegen, wo wir sehr individuell auf ihre Themen und ihre Bedürfnisse eingehen konnten. Brigitte, magst du uns kurz verraten, wie es für dich war, was du mitgenommen hast und was du uns mit auf den Weg geben möchtest? Sehr, sehr gerne, liebe Bettina. Es war ein Wahnsinnshammer-Workshop, den wir hier erlebt haben und ich habe mir sehr, sehr viel mitgenommen. Ich war ja immer sehr unbedarft in diesen Dingen. Man legt eigentlich da nicht so viel Wert darauf, aber du hast uns wirklich die Augen geöffnet, das Ganze auch visuell zu sehen und ich habe sehr viel gelernt. Zuallererst natürlich, dass ich mich einfach mal trauen soll und nicht immer so perfekt zu sein und zum anderen einfach mal auch über den Tellerrand zu schauen und das Schwierigste für mich war, eigentlich immer das, dass ich sage, wie kann ich eine Aussage, die ich tätige oder einen Satz, den ich aufs Flipchart bringe, visualisieren. Wie mache ich das in einem bewegten Bild oder in einem aussagekräftigen Bild? Und das war für mich sehr lehrreich und sehr erkenntnisreich heute. Super, danke schön. Gerne. Dann viel Spaß beim Weiterzeichnen und du kannst das auch lernen. Dann viel Spaß beim Weiterzeichnen und du kannst das auch lernen. Und das war für mich sehr, 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 sehr.